So, hallo alle miteinander, ich bin's wieder, euer Rocktalks. Willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich möchte dieses Video jetzt als kleines Ankündigungsvideo machen und zwar wird am Sonntag, den 3. März um 20.30 Uhr auf meinem Livestream-Server ein Interview mit dem Suicide Buggy Squad sein. Das ist ein doch sehr bekanntes Battlefield 3-Platoon, vor allem durch einen ihrer Mitglieder, sehr bekannt durch Fabian Siegesmund von der GameStar, der aber leider nicht dabei sein wird. Dafür alle anderen, es werden also so 3 bis 4 Member bei mir im Livestream sitzen, denen werde ich Fragen stellen. Diese Fragen könnt ihr aussuchen, einfach hier unter dieses Video posten. Dieses Video wird auf meinem Kanal, aber auch von dem Suicide Buggy Squad hochgeladen. Heißt, schreibt einfach drunter, was ihr Lust und Laune habt, was ihr wissen wollt. Und ihr könnt natürlich da auch, auf meinem Livestream-Server gibt's einen Live-Chat. Da könnt ihr natürlich auch nur Fragen stellen. Ich schätze mal, es werden mehrere Member des Suicide Buggy Spots zuschauen, die werden euch dann diese Fragen beantworten können. Heißt, ich picke mir dann aus den ganzen Fragen ein paar heraus und stelle die dann einfach so nach Lust und Laune. Und ja, ich hoffe, ihr schaut zu. Nicht vergessen, Sonntag, 3. März, 20.30 Uhr. Ciao! Ciao!